Hallo, mein Name ist Michelle Fritz, ich bin 15 Jahre alt und spiele die Position Torwart. Was waren deine bisherigen Vereine? Mein bisheriger Verein war bei den Jungs beim JFR Rabenstein 05 und die SC Klinge Säckach. Hast du persönliche Ziele? Jeden Tag besser werden und jede Spiele am besten gewinnen. Und was sind die Ziele der Mannschaft? Ganz klar Klasse und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und dein aktuelles Vorbild? Manuel Neuer. Und spielst du FIFA? Ja. Und welche Mannschaften im Stadion besten? FC Bayern. Lieblingsverein von daher.